Hallo der Draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Um morgens, um mal richtig in die Gänge zu kommen, trinken die meisten ja erstmal so einen Kaffee oder einen Tee. Ich gehöre auch dazu. Aber mittlerweile, bevor ich mir einen Kaffee mache, brauche ich erstmal eine geballte Ladung Vitamine. Für den Smoothie brauche ich erstmal eine Banane. Die muss natürlich geschält werden. Und um es im Mixer ein bisschen einfacher zu machen, schneide ich die erstmal etwas kleiner. Dann die Kiwi, einfach oben den Deckel abschneiden und dann nehme ich einen Löffel und so kann man die Kiwi super einfach aushöhlen. Ab in den Mixer damit, die Bananen dazu und jetzt brauche ich noch etwas Zitronensaft für viel Vitamin C. Einfach ausquetschen, Sojamilch dazu und dann brauche ich noch etwas Leinöl mit viel Omega 2. Für die Süße nehme ich entweder Honig oder Stevia, anschließend alles zermixen und fertig ist unser leckerer, gesunder Frühstückssmoothie. Der Frühstückssmoothie ist nicht nur verdammt gesund, er ist auch ziemlich, ziemlich lecker. Den Smoothie variiere ich immer, was ich über so einen Früchten da habe. Zitronen und Bananen kommen bei mir immer standardmäßig rein. Und vor zwei Wochen habe ich immer noch normale Milch genommen, mittlerweile nehme ich aber lieber Sojamilch. Ihr könnt aber natürlich zum Smoothie auch normale Milch nehmen, ihr könnt Mandelmilch nehmen, die schmeckt auch super. Ist allerdings dann etwas teurer. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, die ganzen Zutaten sind doch mal unten verlinkt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und morgen wieder einschalten um 16 Uhr. Tschöö! 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 Tschöö!